Große Regenfälle verwandelten einige Teile Ungarns in Feuchtgebiete am Wochenende. Das viele Wasser nutzte man hier und da aus, um sich sportlich zu betätigen. Beispielsweise in der Sala-Region, im Wakeboarding oder so ähnlich. Hier kann man die Freude über den Regenguss nicht übersehen. Und wie nennt man diese Fun-Sportart nun? Vielleicht Parkplatz-Surfing?